Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist. Ja, ich bin's, Bob. Kommt mit zur Lernstraße mit Bob. Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber. Willkommen zu unserer Phonix Show. Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter. Seid ihr bereit, Preisrichter? Ja, Bob. Darf ich vorstellen? Der prächtige Mr. P. Es ist Zeit zum Feiern, hey, 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 worauf wartet ihr? Startet die Papa-Pa-Party voller Spaß gleich hier. Es ist Zeit zum Feiern, hey, 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 worauf wartet ihr? Startet die Papa-Pa-Party voller Spaß gleich hier. Was ist auf der Papa-Platte? Ich bin sicher, das schmeckt gut. Eine Pipi-Pizza, eine scharfe Pizza. Was gibt's noch mit Pipi-Pi? Was gibt's noch mit Pipi-Pi? Klingt wie ein Papagei. Pap-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Game. Es gibt da noch ein schönes Tier, das feiert gern, das sag ich dir. Ein Pipi-Pipi-Pipi-Pigock. Ein strahlend schöner Picock. Einen dünnen, langen Pinsel, den tunke ich in die Farbe ein. Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Pa- regularly. Manchmal schreib ich dir geheime Sachen auf Papier mit meinem PP-Pencil, Papier und PP-Pencil und was ich ganz besonders mag an einem heißen Sommertag P-P-P-P-Pineapple, P-P-P-P-P-Pineapple Oh und was ich gerne mag, ein reichliches und leckeres Mal man nennt es Popopoding, Kastartpopoding was ich auch noch gerne mag, weil es so richtig knusprig ist Poppoppoppopcorn, Keramell- und Käse-Popcorn Und wenn ich dann schlafen geh, spring ich auf mein Bett mit meinem Pipi-Pijama, dem roten Pipi-Pijama Oh, Mr. P ist müde, Zeit, dass er zur Ruhe kommt, bevor zu schnarchen er beginnt Ihr Richter habt ihr abgestimmt Perfekt, peppig, prickelnd, puristisch, plakativ Danke an Mr. P und die tollen Richter Wir sind bald wieder hier, um den süßen Klang anderer Buchstaben des Alphabets zu hören Bis dann, adios! Hey Kinder, seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen Danke!